In der Gewichtsklasse, Schwergewicht, über 91 Kilogramm, darf ich Ihnen nun den Athleten aus dem Gastteam der Ukraine Ottomans vorstellen. 114.35 Меня зовут Antoniuk Anatoly. Ich bin der Team von der Ukraine Ottoman. Wir sind gekommen zu gewinnen. Ladies and Gentlemen, making his way to the ring, into the blue corner, Anatoly Antoniuk. Ladies and Gentlemen, in der blauen Ecke, April, los für Anatoly Antoniuk. Ladies and Gentlemen, the heavyweight division up to 91 Kilogramm, over 91 Kilogramm, his opponent in this last fight. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen den Gegner in diesem fünften Kampf, dem Schwergewicht über 91 Kilogramm, vorstellen, aus dem Team der German Eagles. Mein Name ist Eric Pfeiffer und ich bin hier zu siegen. Ladies and Gentlemen, making his way to the ring, into the red corner, Eric Pfeiffer. Ladies and gentlemen, Einen Applaus für die Rote Ecke aus dem Team der German Eagles. Welcome, unser Eric Pfeiffer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Punktrichter dieser Begegnung, Yaza Cinar, Andrew Corfield und Hasan Sumit, Referee dieser Ansetzung, dem fünften Kampf am heutigen Abend, Renéus aus der Slowakei. Applaus Tja, dann sind wir mal gespannt. Der letzte Kampf an diesem Abend wird die Entscheidung bringen. Eric Pfeiffer gegen ihn hier. Anatoly Antoniuk. Gut zu erkennen, welcher Sportler hat er da nachgehend. Liebe Boxsportfreunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, zeigen Sie unseren Athleten im Ring, dass Sie bereit sind für diesen fünften Kampf im Schwäglich über 91 Kilogramm. Von der Ukraine und Schwergewicht, da fallen einem natürlich Vitali und Vladimir Klitschko ein. Ich habe vorhin von den Amateurfolgen erzählt, bei den Profis sieht es ähnlich aus. Dann gibt es einen, Sergi Ginciruk, war Halbmittel-Weltmeister von 2005 bis 2011. Andrej Kotelnik im Halbwälter nach WBA-Version. Jury Nutschlenko, WBA-Weltmeister im Weltergewicht. Vatislav Senchenko, bis dieses Jahr war er Weltmeister, ebenfalls im Weltergewicht. Da verloren gegen Paul Madinacci. Volodymyr. Sidorenko, Bantam-Gewichtsweltmeister, aber auch bei den Profis, bei den Berufsboxern. Die haben die ukrainischen Stars mächtig abgesahnt. Allen voran natürlich Klitschko, Brüder, die das Schwergewicht nach Belieb bestimmen. Anatoly, Antoniuk, 24 Jahre alt, startet im vergangenen Jahr für die Bangkok Elephants. Allerdings nicht ganz erfolgreich. Drei Kämpfe, dreimal Flora gegen Jean Turner, Tikao gegen den Rosenvitali, Kudukov und gab es noch eine punkte Lage gegen Juanifah aus Tonga, der für die Mumbai Fighters an den Start ging. Bis zu 40 Prozent der Teilnehmer in einer Staffel dürfen hier aus dem Hausland kommen. Also muss keine reine Nationalstaffel sein. Deutschland hat sie heute schon gesehen. Redun, Ars Luhm aus Frankreich. Schön, der Pfeiffer fängt nochmal ganz gut an. Links-Recht-Kombination. Der WM-Dritte vom vergangenen Jahr war Olympia-Teilnehmer auch. Scheidete allerdings in der ersten Runde an dem langen kasachischen Riesen Ivan Tütschko. Hatte sich einfach zu wenig zugetraut. Aber hier, sagte schon mal gute Leistung. Nach 6, 3, 3, 4 Mal ein am Kopf von Anatoly Antoniuk. Der mit Sicherheit natürlich nicht erste Wahl ist hier im Schwergewicht bei den Ukrainern. Da haben sie Oleksandr Ruzik, den Olympiasieger und Weltmeister. Aber der hat nach den Spielen erstmal eine Pause eingelegt. Hat jetzt 2, 3 Monate lang gar nicht trainiert. Und so spricht jetzt Anatoly Antoniuk für ihn ein. Allerdings hat er hier seine liebe Mühe mit Erik Pfeiffer, der hier wirklich gut eingestellt ist auf die Ukrainer-Mächte zum Kopf. Bin mal gespannt, wie lange es noch gut geht, wie er da wegsteckt, der Antoniuk. Nach 20 Sekunden. Hat auch ein paar Pfunde zu viel auf den Rücken. Antoniuk ist man eigentlich in ukrainischen Fightern gar nicht gewohnt. Erik Pfeiffer hellwach in dieser ersten Runde. Gut gemacht, Junge. Sehen Sie in die Ringecken. Schauen wir uns auch gleich nochmal ein paar schöne Szenen aus dieser Anfangsphase des Schwergewichtskampfes. Zwischen Erik Pfeiffer hier und Anatoly Antoniuk an. Er hat zu uns im Kopf, Linke. Alles Handelsfuß, was Pfeiffer da drei Minuten lang gezeigt hat. Anatolyuk habe ich noch gar nicht viel gesehen. Hier mal ein Heumacher. Über den Kopf von Pfeiffer. Alles andere wäre ein Witz gewesen. Die Runde geht klar. Hier war jemand von den German Eagles. Hier war der Dim Cilaghi in der Ecke. War selber rumänischer Meister. 78 und 81. Mittelgewicht. Gold-Din-Silber-Medaille-Gewinner bei der Europameisterschaft 1979. Bronze-Medaille-Gewinner der Olympischen Spiele 1980. Und der Europameisterschaft 1981. Wechselt dann in den Trainerstab des DBV. War dann auch noch kurzzeitig bei der Universum-Box-Promotion. Profitrainer kehrt dann aber 2010 wieder zum DBV. Zurückkommt Michael Timm. Arbeitet in der Ecke vor Glückes Bundesstußbogen Schwerin. War 81, 82 Deutsche Meister. Welterweight 83 Deutsche Meister im Halbmittelnricht. Durant den Kipi-Pokal. Einige Male wurde dann Trainer bei den Amateuren. Und von 97 bis 2012 war er Angestellter beim Hamburger Profi-Box-Strahler-Universum-Box-Promotion. Den Sleiter nicht mehr gibt. Und trainierte Weltklasseleute wie Jürgen Bremer, Jürgen James-Jeruk, Andreas Kotelny, in der Mensa, Wladimir Sitorenko, Dieter und Egon Roten. Fedik Sturm war dabei. Russland, Schagajew, Stüppel, Breves, Duan Glasnitschi, Thomas Ullrich, Duan Kados, Gornis, Berthel und, und, und. Also, er hat die erste Sahne der Deutschen Berufsboxer trainiert. Und seit 2012 haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Er gehen wir zurück. Zu den Manteuren. Und ist der Leiter des Bundesstützpunktes in Schwerin. Er hat sich ja einiges vorgenommen beim GBV. So, noch mal ohne, wenn die alle von der Lippen spielen, will man nicht zurückkommen. Und Erik Pfeiffer, der ist ja weiter auf dem guten Weg, den Kampf für sich zu entscheiden. Kann mächtig einstecken, der Antonio. Aber er ist chancelos. Ganz wenig, was er da boxerisch zeigt. Pfeiffer nutzt das aus. Ganz kurz und trocken hier die Rechte zum Kopf. Wie gesagt, die deutschen Boxer planen hier mehr oder weniger ein Neuer anfangen. Und dazu soll natürlich auch die World Series of Boxing helfen. Es sind ja gute Leute da, wie heute gesehen. Die Regele hat gewonnen. Künzel auf einem guten Weg. Pfeiffer jetzt mit einer guten Leistung, obwohl der Kampf nicht vorbei ist. So, zum Rundenabschluss, das ist immer ganz gut. So, zum Rundenabschluss, das ist immer ganz gut. Aber das war jetzt der Rundenabschluss zu viel, da noch mal einzugreifen. Schöne Steife kriegt er. Ja, war nicht viel, was Antoniuk da bislang gezeigt hat. Zwei Runden, alle beiden gehen an Pfeiffer. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Antoniuk sich da so steigern könnte, als ob er der ganzen Sache hier eine Wende gibt. Die Runden waren relativ klar und glatt an Pfeiffer gegangen. Es steht natürlich immer die Gefahr, dass man einen blöden Glückschlag marschiert und auch noch verliert. Aber Pfeiffer ist eigentlich erfahren genug, um solche Situationen vermeiden zu können. Trainiert auch im Bundesstützpunkt Rhein-Neckar Heidelberg. Der Vater eines Sohnes wurde in Russland in Asbest geboren, kam mit sieben Jahren nach Deutschland nach Wächter. Das West hört sich schon relativ ungesund an. Aber da stammt auch der zweifache deutsche Olympiateilnehmer in Gehen, Rupert Ili, und der russische Olympiasieger von London im Hatschwergewicht, Jäger Leonorowitsch, Mechon Tsev, da ist er einfach auszusprechen, Mechon Tsev. Nach wie vor knallzt er kräftig auf die Birne von Antonio Guida. Die Halskrause voll, aber er stellt sich noch mal. Der kassiert und kassiert. Also allzu große Lust hat er auch nicht mehr. Wieder die Rechte. Und Jürst immer, er soll nicht halten, er soll noch was tun. Und wenn er was tut, dann kassiert er. Unangenehme Situation für Antonio Guida. Da kommt er aus der Ecke auch nicht mehr so schnell raus. Zweiter macht das jetzt vollkommen richtig. Der eine um die andere, um die Mütze. Also morgen früh braucht er zwei Aspirin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Noch mal. Noch 20 Sekunden. Ein devo. Aus der Stoff. Er ist für Kampfsád. Erik Pfeiffer mit Sicherheit der Fäuste anschließend weh, weil er so oft auf den Kopf und das Kinn genagelt hat von Antoniuk. Unter geht er nicht, zwar ist angezählt worden, es gibt zwei Punkte für Pfeiffer. Spannend für den Kampf nicht, er ist sehr einseitig. Aber ich würde Pfeiffer hier kaum zu Zweifeln gewinnen, dann würden die German Eagles ihren ersten Sieg einfahren. Das gegen die Ukraine war nicht unbedingt zu erwarten. Wir haben uns ein Glück zu haben, mit welchen Leuten kommt die gerade an, 10 zu 8, genau. Also vier Punkte Vorsprung, das hier kann man sich nicht mehr nehmen lassen. Heute Abend war es mit Sicherheit nicht die stärkste ukrainische Staffel. Da war kein Medaillengewinner dabei, aber man hat gesehen, es ist gerade in den leichteren Gewichtsklassen, da wahnsinnig viel Potenzial aus der Ukraine kommt. Den Antoniuk hier, den können sie eigentlich international vergessen. Ich glaube auch nicht, dass der häufiger auftreten wird in der Nationalstaffel. Dafür ist es zu dünn, was der Bockfisch drauf hat. Ja, das war mal ganz gut, mal den Schlag nach unten zu ziehen. Dann kann man auch mal auf die Leber treffen, tut auch weh. Ja, der, jawoll, abgefangen, da wackelt er, da wackelt er. Jus schaut ganz genau hin. Da grenzt sie nur. Bumm, nochmal. Head up, head up. Aufertaken. No pushing, no pushing. Step back, step back. Es gibt ja schon Typen, die schlucken unglaublich viel. Dazu kann man Antoniuk um alle Fälle zählen. Das kann man mit Sicherheit nicht machen. Pfeiffer marschiert und Pfeiffer trifft. Für Pfeiffer ist das ein besserer Trainingskampf. Der andere wackelt, schwang. Er zieht ab und zu seine rechte Abel. Ich bin mit der Hoffnung, dass er da trifft. Aber das ist alles eindeutig einseitig. Aufwärtshaken. Doch mal der Aufwärtshaken. Aber er stellt sich. Tapfer ist er, der Anatoli Antoniuk mehr auch nicht. Ich frage mich nur, was Vitali Kutokoff bei seinem K.O. Sie gemacht hat. Wie er denn getroffen hat. Aber hier könnte es ja auch noch die Vielzahl der Treffer sein, die ihn dann irgendwann in der fünften Runde zu Boden zwingen. Pupikum gefällt es. Vor allen Dingen auch, weil der Mann aus der richtigen Ecke ja die Achshäte setzt. Strafende Blicke da aus der ukrainischen Ecke Richtung Antoniuk. Den gefällt gar nicht, was ihr Anatoli da in Hannover in den Ring zaubert. Oder auch nicht. Klasse Diamalt-Bewegung. Dann hat er den Gegner nicht vorbeiziehen lassen und hat ihm dann auch schön eine verplättet. Noch eine Runde und dann haben die German Eagles hier ihren ersten Sieg eingefahren. Meine Damen und Herren, der Applaus für unsere Ring-Ladies. Gut, 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 gut. Ein Applaus aus Berlin. Ich kann einfach so ein bisschen leihtonen, der Antoniuk. Anton Schluck müsste eigentlich heißen, weil der war ja alles Schluck. Die Ring-Girls haben auch noch gute Konditionen. 40, 35. Nach vier Runden. Und das freuen wir uns auch auf die letzten drei Minuten dieses wirklich hochinteressanten Kampfabends. Jürgen Langer. 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 3-4, 3-4. Kein Hübscher. Kein Hübscher, kein Hübscher. Kein Hübscher. Kein Hübscher. Die nächste Veranstaltung findet übrigens am 7. Dezember statt in der EWS-Arena in Göppingen. Und da kommt das US-Team, die Knockouts, als Gast, die haben noch gar keinen Kampf gewonnen und vielleicht klappt es ja auch noch mit einem vorzeitigen Sieg von Erik Pfeiffer. Der andere kann nämlich nicht mehr, wird wieder angezählt. Jetzt könnte man ja auch mal, wenn man Trainer ist, das Handtuch werfen, wenn man sieht, dass der eigene Mann da mächtig versohlt wird. Und da kommt's, da kommt's, jawoll, da kann es sich aus. Da haben wir doch noch ein Einsehen gehabt und die Qualen von Anatoli Antonio vorzeitig beendet. Ja, war eine meisterliche Vorstellung von Erik Pfeiffer. Und er hat die Nerven behalten, er hat den entscheidenden dritten Punkt geholt. Und er hat ganz klar die boxerischen Fähigkeiten von Anatoli Antonio aufgezeigt. Er hat die Beerscht nach Belieben, er hat die Beerscht, wie er wollte. Und das von Anfang an. Und hier ist er nur noch ein Spielball der Fäuste von Erik Pfeiffer. Was man Antonio zugutehalten muss. Er hat einen Tapfer dagegen gehalten. Und er hat sich zu Boden gegangen. Er hat versucht, hier über die Runde zu kommen. Und das war's aber auch schon. Und damit steht es 3 zu 2 für die German Eagles. Und sie haben die ersten drei Punkte eingefahren. Einen Punkt gab's, weil sie nur 2 zu 3 in Italien verdauern haben. 4 Punkte nach 2 Kampfsabend, das ist durchaus fast schon mehr, als man erwartet hat. So, Eric Pfeiffer wird hier nochmal beklatscht, bejubelt. Wie gesagt, in Göppingen geht es weiter gegen die USA. Noch-outs, hoffen wir auf einen weiteren Sieg und ich sage Tschau und Tschüss von einer wirklich gelungenen Veranstaltung und vielleicht nochmal die einzelnen Kämpfe. Redouan Asloum von den German Eagles verliert gegen Alexander Richtan, Arthur Bredel, Superkampf gegen Pablo Ichenko hat er gewonnen, der Arthur. Aber Jack Pascali verliert, wir meinen auch unglücklich gegen Ivan Golub und dann Kevin Künzl mit einer unglaublichen Leibenssteigerung. Und dann ist doch der Sieg gegen Sergi Lapin und Eric Pfeiffer haben Sie eben gesehen. Klare Sache gegen Anatoli Antoniuk. Das war's. Tschau und Tschüss. Danke, Herr Hanfa. Danke. Danke.